Okay, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Papas Freezeria to go. Ich habe ja überlegt, ob ich Papas Freezeria to go mache oder ob ich Headsocker mache. Und ich habe entschieden... Na komm, Headsocker haben wir noch genug gemacht. Deswegen machen wir jetzt mal weiter. Und die Drawbell habe ich mir schon mal geholt. Jetzt Foudini. Den bekommt man zu Anfang schon frei. Oh, wunderbare Musik. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was der hier will. Der möchte Blaubeeren. Ja, der möchte Blaubeeren. Okay, nimmt ja überhaupt auf. Ja, ich mache jetzt das schon. Jetzt ist es schon ein Display. Ich mache das aber später jetzt hochladen. Awesome. Purple, Purple. Das hört sich richtig cool an. Ne, irgendwie nicht. Aber das Gute ist, ich habe jetzt eine Drawbell. Guck mal Zeit. Gucken wir uns mal an. Ne, wir können uns umsehen, was ich frei habe. Ja, da gucke ich sowas. Ja, okay. Okay, wir haben einen neuen Kunden. Ja, Penny ist das. Ich glaube, die kam noch nicht. Die möchte Erdbeeren mit Schoko. Auch leckere Bestellung. Medium. Ja, Mittel. Erdbeeren. Schoko. Oh, auch Schokolade. Erdbeeren. Nüsse. Banane. Oh, ist wie eine leckere Banane. Also, da bekomme ich jetzt schon Selbsthunger. Jetzt weiß ich, dass ich es so ändern kann. Nein, nicht. Hier. Nachher habe ich es doch schon. Okay. Mit einer ganz normalen Schlagsahne, Streusel, Kirschen und Bananen. Okay. Der nächste Closer habe ich keine Ahnung. Aber wir haben jetzt... Ja, ich habe auch noch nicht alles gesagt hier, was es hier so gibt. Bei Info, da kann man sogar gucken, wie viel Geld man bisher genommen hat. Genommen hat. Wie viel man diesen Tag bisher bekommen hat. Ich habe bisher 1,25 Dollar. 1,25 Dollar. Dabei habe ich da nicht mal eine Bestellung ausgegeben. Okay. Das war der Weekly Pay. Immer wenn man ein Level aufsteigt oder ein Rang, erhöht sich der... ...Wochen Pay. Wochen. Ja. Okay. Bei Kunden kann man noch nachgucken. Favorites, was die wollen. Medium, Regular, Suddenay. With Chocolate, S'mores and Whipped Cream. Ja, und das da drauf ist, kann ich ändern. Und hier haben wir übrigens Karuna. Medium, Regular, Suddenay. With Strawberry Cream, Ayo, Bits and Whipped Cream. Ja, da steht sogar erster Besuch. First Wizard, Day 2. Meals Audit. Also, wie viel man bisher, wie viel bisher kam. Einmal. Ja, und das ist sogar Closer. Ich habe sogar ganz viele Kunden. Der allerletzte, da sieht man sogar Papa Louis. Skylar ist die vorletzte, oder? Oder die drittletzte. Xolo ist einer der letzten. Xolo ist der, der ganz links ist. Ja, okay. Bei Badgets haben wir... Das ist ganz unten. Ich habe bisher zwei. Ah ja, mit irgendeinem so ein Eisel, ist das, ne? Ja. Okay. Help, hier gibt es aber nicht Hilfe, was man hier machen muss. Und die Credits. Matt, Neff and Tony Solary sind die Namen von denen, die es gemacht haben. Ja, okay. Hab was für sie wieder zu gucken. Hm. Dann machen wir mal direkt weiter und ein bisschen Flagsahne oben drauf. So, das erste Sahne hier. Das kann euer Sketch werden. Okay. So. Lisa. Okay. Naja. Naja, was soll ich noch weiter sagen? Headzocker mache ich nun mal nicht. Und mein Kabel hat hier gerade den Riss drin. Sehe ich gerade. Ja, das guckt ein Stück Draht raus. Ja, ne, doch nicht. War das ein Fussel. Sah aber gerade wirklich so aus. Okay. Ein goldenes Fussel. Ein goldenes Fussel. Äh, das ist jetzt Bestellung für, 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 für wen eigentlich? Ah ja, für Fodini. Ja. Klar. Perfekt. Besser kann man es nicht machen. Besser als ich ist niemand. Besser als du ist der. Nein, warte. Chocolate Cream. Die bekommt man bei HD. Und für Computer erst noch frei. Also hier hat man schon so viele Items schon zum Anfang. Da bekommt man sogar noch mehr frei. Okay, mit Nüsschen. Oh, ein Nüsschen. Ein kleines paar Nüsschen. Okay. Ja, die Bestellung. Die müssen ein bisschen warten. So. Das ist für Penny. Oh, perfekt. Perfekt. Das Sund... 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 Nee, Sund... Okay. Dann wird man jetzt hier fertig. Jetzt die ganze Tag Zeit. Wir warten noch ein paar hungrige Kunde. Kunde. Kunden. Mann. Ich bin mal ganz bei Sachen. Clover. Okay, jetzt kommt schon fünf Kunden. Ganz lange kommen denn erst sechs Kunden. Bei meinen guten Netze da, wo ich dann 30 bekomme sogar. Gerade mal sechs. Okay, Closer ist auch schon da. Captain Curry. Captain Curry nenne ich die immer. Captain Curry. Ein bisschen Schokolade. Naja, Part 1 wurde auch schon hochgeladen, aber erst dritten Nachmittag laden. Das hier hoch. Captain Curry. Ja, Erdbeeren mit Erdbeeren und Erdbeeren. Ach nein. Okay. Streusel. Cookie. Cookie. Cookie sind ganz beliebt, muss ich mal ehrlich sagen. Jetzt war so richtig hardcore. Pff. Das war ja gut. Scheiße. Das schwang. Das war richtig gut. Okay. Ich will jetzt einfach nur ein geklatscher Becher. Ja, aber trotzdem perfekt. Jippie. Und wir müssen nur warten und wir gucken, was die Kunden hier vorne machen. Äh, ne. Die machen nichts. Die kann man übrigens Ton ausstellen. Ne, das ist langweilig. Ohne Ton. Da ist es so ruhig. Da hört man mich ja nur reden. Die sagt, eh. Nein, wir haben ein kleines Tönchen hier an. Ein kleines Bönchen für ein Tönchen. Nein. Hehehe. Diese Tönchen, das immer rauskommt aus meiner Musikbox. Ich rede hier gerade so eine zweideutige Sachen. Aber kein ekliges zweideutiges, ja. Nicht denken? Und, 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 und. Ja, was? Sie muss so lange warten. Doch, sie muss so lange warten, ey. Ja, kippen Curry nicht. So kommt gleich ihr Becher. Ihr Eisbecher. Oh, ja, Streusel. So was mag man doch immer. Ich mach jetzt immer zwei Tage hier drauf. Also, danach nur noch den Tag und dann. Was? Ach ja, stimmt. Da hab ich ja so peinliches Dreck gemacht. Closed. Geschlossen. Wieder mal. Also, ich hab voll Dosen und hab immer noch nichts getrunken. Das ist ja 99. Ich dachte jetzt 98. Aber trotzdem gut. Today Tips. Today Tips. Äh, Total Tips. Boah, ist Zungenbrecher. Today Point. Total Point. Also, insgesamte Punkte jetzt in diesen. Ja, insgesamte Punkte, wie man jetzt insgesamt hat, wie viel. Die Today Points sind die, wie viel man an den Tag bekommen hat. Die Today Tips, wie viel Geld man bekommen hat. Und wie ihr sehen könnt, Sonntag fängt es an. Das ist das Tutorial. Und jetzt sind wir bei Tag 4 am Mittwoch. Ich glaub, was habt ihr nicht gehört? Draußen hat grad irgendein LKW gehupt. 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 Okay. Es ist gerade 11.29. Ah. Okay, ich kann mir nichts holen. Ich meine, die Dekoration, ey. Boah. Kalt. Ne, dann machen wir mal weiter. Ellen! Hohoho. Chocolate Chips. Oh, lecker. Mmmh. Oh, jetzt hab ich wirklich Hunger. Also gleich oder später esse ich was. Slicing the Strawberries. Ich möchte unbedingt mal den großen Becher frei haben. Komm, Ellen. Der hat eine Zahnlücke. Naja, das ist mir aber schon bald. Papa Swingere hat der aufgefallen. Und er mag Schoko. Naja, er mag hier Toffee. Das ist so ein Toffee. Mit Banane. Okay. Und dann rein in den Mixer. Und dann wird richtig schön durchgemixt. Der Small Cups. Den kann man auch noch frei mit Pinchettuell zusammen. Den man eigentlich aus Papas Portugieria kennt. Und gefällt der ganz... Ach, sonst war der Zettel. Mann. Ich denke jetzt schon gespukt ist. Naja, aber... Tony. Yeah. Mein Lieblingskunde. Mit Matt zusammen. Und Professor Fitz. Jetzt hat man ja drei Lieblingskunden. Und ja. Ja. Okay. Leider kann man bei diesen To-Go-Spielen keine eigenen Charakter machen. Das wäre richtig cool, wenn man bei Papas Cupcake Keria einen eigenen Spieler machen kann. Also einen eigenen. Von außen her zu eigen. Und das konnte man ja bei den Spielen und so auch. Ich war jetzt mal auf den Booster. Das ist sehr spannend dabei zuzugucken, wie das hier mixt. Und dann, 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 dann. Die Musik ist auch sehr einladend. Okay. Dann machen wir ein bisschen Schokolade oben drauf. Schokoladencreme. Dann ein bisschen Schokoladenchips-Teile. Damit die Kunden nicht wieder so jahrelang warten müssen, guck ich mal bei Mandy nach hier. Nächster Kunde. Ähm. Ja. Nur noch dreimal musst du hier kommen. Oder nach diesem Mal zweimal. Dann wird die StarCustomer. Gibt mehr Punkte. Mehr Geld. Und das ist auch für mich gut. Was ist denn jetzt hier nun? Ja. Sehr gut. Ach. Okay. Wir machen mal Ellen deine Bestellung hier fertig. Banananana. Wir haben ein paar Bananas. Ja. Ein paar Bananas. Banananana. Okay. Endlich mal haben wir Ellen seine Bestellung gegeben. Und? Er gibt uns. Wie viel Geld? Er gibt uns? 2 Dollar 94. Okay. Boah. Schokolade hier. Mmm. Schokoladencreme. Oh. Okay. Jetzt kommen 6 Kunden, sag ich mal. Oh Matt ist endlich da. Der kam bei meinem Einprofi erst voll spielt da, wo ich den großen Becher frei bekommen habe. Boah. Wie mies. Boah. Wie bekomme ich den jetzt so früh frei. Ist ja cool. Naja. Auf einer Seite cool, auf einer Seite voll mies. Matt ist glaube ich mal der von Flipland Studios, der hier die ganzen Grafiken und das ganze Spiel entwickelt. Und Tony ist der die Ideen hat. Und das alles auf der Internetseite schreibt. Tony und Matt. Oh ja. Sind hier in meinem Restaurant. Oh das ist wieder scheiße die Bestellung. Deswegen brauche ich unbedingt diesen Timer. damit sowas niemals wieder passiert. Niemals in meinem kompletten Leben. Oh lecker Schokolade. Yummy. Okay jetzt kommt immer nur fünf. Äh jetzt. Also später kommen sechs. Und es ist Grammy. Der sieht aus als würde er Schokolade mögen, aber dabei mag er was schön fruchtiges. Purple. Purple. Hört sich dumm an. Geht erstmal eine halbe Meile weiter. Aber das ist die erste Kunde im Griff und so eine Bestellung. Tutorial Kunde. Gut. Ich wollte nämlich schon da nicht nachgucken. Aber habe ich doch getan. Mandy. Bitte sei gut. Ja ist ja die Mixing Station kann ich jetzt verstehen. Ich habe da einfach nur verkackt. Ich habe dann verkackt wie ein Haufen Kacke. Ja. Vielleicht dann so lange mal warte. Naja was auch gut wäre wenn die Minispiele mit einfügen. Wenn die To-Go-Spiel gibt leider keine Minispiele. Und sobald man alles nicht im Shop gekauft hat, hat man unnötig viel Geld später. Man kann damit nichts mehr machen. Nichts. Wirklich nichts. Kann ich dann nichts kaufen. Das wäre cool wenn man sich mehr Dekoration und auch eigene Kleidung kaufen könnte. Aber hoffentlich machen die Papas Cupcake Carrier mit rein. Ja. Bei mir will eine nicht so harte Bestellung. Okay. Wir haben gleich unseren zweiten Tag geschafft. Endlich. Hinter uns. Wir haben endlich frei. Okay. Mann. Beim Let's Play bin ich voll schlecht. Da mache ich ja in den Mixing Station und sowas nur 99. Mein bestes Ergebnis ist bei meinem anderen Profil. Da habe ich immer Rating, Building und Mixing 100. Und bei der Topping 99. 521 mehr Punkte für Rang 5. Payday in zwei Tagen nach dem Payday kommt. Diese Hütte. Der Restaurant kriegt egal. Also hier ist der Shop. Es gibt nicht mehr. Das hier alles. Nur sieben Seiten voller sinnloser Dreck. Aber ich war erst mal auf dem Regular Alarm. Und danach hole ich meinen Booster. Booster. Okay. Die Sonne kommt raus und ich sehe kaum was. Boah. Okay. Das war es aber auch schon mit meinen... Nur mein zweites Part und ich verdammte Geräusche. Und auf Wiedersehen.